Guten Morgen liebe Traderinnen und Trader. Heute ist Donnerstag, der vierte Handelstag der Woche 20. Dezember. So kurz vor Weihnachten gibt es dann doch noch wieder ordentlich Bewegung in den Märkten. Mit der FED gestern kam ordentlich Stimmung auf an den US-Indizes. Stimmung nach unten, das sieht man, wenn man in die Charts schaut. Aber auch bei den Währungen einiges an schönen Bewegungen. Wir blicken heute in unseren Handelsideen, in die Währungspaare Euro-US-Dollar, auch mit Bezug zu dem, was gestern passiert ist. Wir schauen in Schweizer Franken, Japanischer Yen und MIB, der italienische Aktienmarkt. Es gab eine Einigung zwischen Italien und der EU, was den Thema Handelsstreit angeht. Also jetzt nicht Handelsstreit, sondern Haushaltsstreit. Das ist das richtige Wort. Der Trump prägt einfach so viel. Nein, es ging ja um den Haushaltsstreit in den italienischen Ecken. Und da wurde jetzt Einigung gefunden. Guten Morgen Olaf, Fernando, Lutz und Elena. Wen haben wir noch? Den Rolf, alle Mann dabei. Schön, ich freue mich immer, viele Live-Zuschauer auch hier dabei zu haben. Wer hier auch zuschaut, ich weiß, viele schauen zu, ohne dass ich das jetzt direkt sehe. Ich lade hier jeden auch ein, gerne den Markt aus ihrer eigenen Richtung zu betrachten. Wenn sie einen Wunsch hat, haben einfach hier mit reingehen. Fernando, du schreibst, ob ich ein bisschen lauter machen kann. Ich kann ein bisschen lauter sprechen. Ich gucke mal, ob es jetzt ein bisschen besser ist. Ansonsten schaue ich mal, dass ich die Einstellung am Mikrofon mache. Ich sehe halt nur die Ausschläge, die sind sehr hoch. Ich weiß nicht, wie sehen die anderen den Ton, wenn der Ton zu leise ist. Dann versuche ich mal, etwas lauter zu machen. Ansonsten, wenn es soweit passt, dann kann ich das so lassen. Ich spreche dann einfach mal ein klein wenig lauter. Oder ich rutsche das Mikrofon noch ein Stück weit näher an mich ran. Ich hoffe, dann geht das Ganze besser. Kurze Rückmeldung, passt das? Und dann legen wir los. Mit was? Ganz klar, bevor wir in die Tagesnachrichten gehen, der wichtige Risikohinweis, und zwar der Handel mit Devisen und CFD ist auf Margin. Der kann zu Verlusten führen, was wir hier besprechen, sind Weiterbildungsmaßnahmen, klassische Informationen. Sie müssen sich am Ende selbst die Meinung machen, was sie traden möchten und was nicht. Also, wo geht es los heute? Wir gehen heute in die Tagesnachrichten rein, mit dem Wissen, dass um 10.30 Uhr die Einzelhandelsumsätze aus Großbritannien kommen. Dann ist heute Zinstag bei der British Bank. Das heißt hier, die BOE wird uns sagen, wie die Zinsen losgehen. Wir bekommen hier um 13 Uhr auch noch die Abstimmung für die Senkung oder Erhöhung oder unveränderte Zinsen. Das sind hier die Dinge, die heute aus Großbritannien wichtigerweise auf uns warten. Was gibt es dann? Um 14.30 Uhr wird der Filifed-Herstellungsindex und auch der Beschäftigungsindex veröffentlicht. Sehr, sehr wichtig für die Wirtschaft in den USA. Rückläufige Werte stellen hier einen leichten Schrumpfungsprozess der Wirtschaft dar. Beziehungsweise, wenn wir hier auf die Beschäftigungsraten schauen, dann sehen wir halt auch in den letzten Monaten schon, dass wir hier rückläufige Werte haben. Das heißt, dass der ganze Wachstumsprozess sich auch etwas verlangsamt im Bereich der Beschäftigung. Also, interessante Daten, die hier heute kommen, wo wir das Ganze sehen. Und dann noch um 14.30 Uhr hier unten sehen wir, es stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Natürlich auch immer wieder gut, dass der Markt uns hier zeigt, was denn wie wo läuft und wir diese Daten auch in unser Trading mit einbeziehen können. Ich sehe gerade, Ton ist gut, sauber. Danke Lutz, danke Fernando, Holger, einen schönen guten Morgen. Also, schauen wir mal in die Charts rein. Ich sagte ja, MIB, Schweizer Franken, japanischer Yen und Euro, US-Dollar liegen heute auf der Liste. Und da starten wir mal mit dem Index, dem italienischen Index. Und hier sehen wir, der Markt hat hier gestern so einen kleinen Freudensprung gemacht, als das Thema Haushaltsstreit endlich durch war. Vorher hatten wir den Markt immer hier unten so gesehen, um die Marke von 18.400 Punkten. Da hat man so einen schönen Staubereich, der immer wieder für Kurssteigerungen gut war. Das haben wir hier gesehen, hier gesehen, hier gesehen und jetzt läuft der Markt hier wieder ein bisschen hoch. Jetzt stellt sich hier allerdings die Frage, erstens, läuft er tatsächlich weiter hoch unter der Maßgabe, was wir bei den anderen Indizes gestern Abend gesehen haben, beziehungsweise wie die Märkte in der Nacht gelaufen sind. Das heißt, läuft er tatsächlich nochmal hier bis Richtung 19.600 Punkte. Wenn er das tun sollte, dann liegt erst einmal hier das Tageshoch, was auch hier das kleine untergeordnete Hoch dieses Schubs gewesen ist, bei 19.000 über den Daumen 200 Punkten. Was haben wir schon? 19.208 haben wir hier in der Spitze. Da muss er natürlich drüber. Danach kommt noch die 19.400 Punkte, hier auch in diesem Tageshochbereich. Und dann haben wir hier oben das Jahr. Aber wenn wir hier das gleiche Verhalten sehen, wie bei den anderen Indizes, dann müssen wir zwangsweise auch damit rechnen, dass der Markt nach unten abverkauft. Heißt also, es gibt hier die Situation, wie wir sie auch in den USA gesehen haben, steigende Kurse werden zum Abverkauf genutzt. Passiert das hier, dann wird es natürlich mega spannend. Und zwar, wir sehen ja hier eindeutig auch den Druck von oben kommend. Das, was wir hier sehen, ist einfach seitliches Hin und Her geplänkelt, was wir hier auch in diesem Markt sehen, seitdem es diesen Streit um das Budget in Italien gibt. Es geht mal hoch, es geht mal runter, es wird keine so richtige Richtung gefunden. Macht natürlich Spaß im Range Trading. Das hat hier ein paar Mal gut funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, der Druck kommt von oben. Wir haben einen abwärtsgerichteten Markt. Wenn wir uns das mal in der Woche anschauen, dann sehen wir, wie stark der Abwärtsdruck ist. Und dass dieser Bereich hier unten um die 18.400 Punkte nicht nur jetzt in diesem kurzen Bereich, den wir uns gerade in der Tagesstadt angeschaut haben, ein markanter Bereich ist, sondern er war auch mal ein markanter Bereich hier, nach der Trendentstehung, die erste Korrektur im Jahr 2000 und, was war das, Ende 16, Anfang 17 hier, in diesem Bereich. Da hat das schon mal gehalten. Wenn das Ding jetzt bricht, nach unten weg, das ist dann natürlich ein Zeichen. Und da sehen wir auch gleich, wie stark der Markt dann runterlaufen kann. Weil hier, da ist einfach nicht wirklich irgendwas, was uns noch aufhalten kann. Das heißt, dann steht die Tür sehr weit offen, wenn er durchgeht. Wie weit er dann läuft, I don't know, keine Ahnung. Aber die Wahrscheinlichkeit bei hohem Druck ist schon da, dass wir die nächste Marke nach unten antesten. Hier, die 17.400 Punkte. Also das heißt auch hier, heute Morgen, wenn wir das Ganze sehen, wo kommt der Markt denn rein? Vermutlich mit einem Gap nach unten, weil der Markt ist ja über Nacht geschlossen. Der Handel geht hier um 9 Uhr, wenn ich das richtig gesehen habe, normal wieder los. Heißt also, wo kann man ran? Dann entweder, es läuft noch ein bisschen hoch, weil der Markt sich ein bisschen abkoppelt. Aber ich vermute mal eher, reine Vermutung, reine Spekulation, keine Empfehlung. Ich vermute mal, er wird sich den anderen Märkten anschließen und ein Stück weit nach unten laufen. Vielleicht sogar mit einem Gap öffnen, ich weiß es nicht genau. Aber wenn der Druck zu groß ist, übergeordnet kommt er von oben, dann ist halt wichtig, was hier in diesem Bereich passiert. Das müssen wir unbedingt auch auf der Uhr haben. Und da hilft auch der Blick in den Stundenchart recht wenig. Wir haben hier entsprechend im Stundenchart auch genau wie im Tagesschat ein gemischtes Bild. Wir hatten hier Aufwärtstrend. Dann hat sich hier gegengeordnet ein Abwärtstrend gebildet. Dann hat sich hier wieder ein Aufwärtstrend gebildet. Der verharrt hier. Es kommt jetzt wirklich darauf an, wie das Ganze reinkommt. Und wenn wir tiefer reinkommen, dann einfach abwarten, was passiert. Und wenn wir den Druck nach unten bekommen, dann können wir natürlich untergeordnet schön das Ganze nutzen, mit dem Schub von oben nach unten reinzulaufen. Geht es nach oben weiter, nice to see, dann können wir hier entsprechend auch am Markt agieren. Also das zum italienischen Aktienindex. Da ist momentan viel Fokus drauf. Mal sehen, was der Markt uns hier heute entsprechend hergibt. Dann gehen wir mal in die Währungen hinein. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit dem japanischen Yen in Bezug zum Schweizer Franken an. Also Schweizer Franken, japanischer Yen. Das Kürzel hier für die Chartbetrachtung. Hier ist er. Zack, Tagesschart rein. Ein bisschen größer mache ich das Ganze noch, dass wir etwas mehr sehen, worauf es mir ankommt. Also hier etwas reinzoomen. Und hier sehr interessant, was hier passiert ist. Wir haben gestern gesehen, der Markt ist extrem weit in die Korrektur reingelaufen. Hat im Tief gestern das Tief der Korrektur unterschritten. Und hier an dieser Stelle, das sind halt wichtige Marker. Da muss man immer einfach schauen, jetzt haben wir die Lage, so wie sie ist. Wir haben jetzt hier eine Bewegung gehabt, die stark nach unten liegt. Also eine trendkorrigierende Bewegung sozusagen. Untergeordnet kann man das Ganze natürlich schön im Abwärtstrendverlauf sehen. Und hier kommt es jetzt darauf an, wie geht es denn weiter? War das nur eine Ausnahme, in Anführungsstrichen, dass wir hier drunter gelaufen sind? Jetzt finden sich keine weiteren Verkäufer und der Markt dreht wieder rum. Dann haben wir schon eine Chance für eine Gegenbewegung. Ob es eine Trendwiederaufnahme wird, ich weiß es nicht. Aber wenn so eine Gegenbewegung kommt, dann können wir natürlich schön auf die Schwünge, auch im Stundenstart schauen, beziehungsweise uns hier entsprechend einmal auch die Tageshochs anschauen, die wir da haben. Hier haben wir noch das Tageshoch von gestern. Das sind dann natürlich immer interessante Anlaufmarken, die wir haben. Heißt, wenn es nach oben gehen sollte, muss es natürlich erstmal über das heutige Tageshoch gehen. Und dann hier entsprechend über die Tageshochs, die da vorliegen, je nachdem, wie weit der Markt hier entsprechend nach oben läuft. Setzt sich das ganze Teil nach unten fort, dann wird es natürlich auch sehr, sehr interessant, was hier nach unten hin passiert. Wir haben dann den Weg nach unten hin relativ frei. Hier 112,90 wäre dann der nächste Supportbereich, den wir unten haben. Und an dieses Tagestief hier drüben, um die 112,631, da sind wir heute schon mal dran gelaufen und prallen aktuell ab. Also sehr interessant, was hier passiert, ist momentan wirklich der Blick in die Stunde rein, weil die Stunde zeigt uns hier schön ihren Verlauf. Und das ist halt sehr, sehr, sehr interessant. Da sehen wir diese starke, massive Abwärtsdynamik. Wir sehen hier oben von Anfang an gebildet diesen Trendverlauf hier runter, schön geschwungen. Dann gab es kurzen Bruch und dann schwung sich das Ganze schön nach unten. Das sieht man immer wieder hier in diesen ganzen Schüben. Hier ein langer, langer Schub mit untergeordneten Bewegungsschüben. Hier eine Korrektur und hier wieder diesen starken, richtig massiven Move nach unten. Hier sieht man auch diesen laufenden Trend, der immer mal ein bisschen zappelt, aber schön stark nach unten läuft. Und hier kommt es jetzt wirklich darauf an, wie der Markt sich weiter verhält. Schön wäre es zu sehen, aus meiner Sicht heraus eine Korrektur zu haben und aus der Korrektur heraus dann nach unten rumdrehen zu können. Also so ähnlich, wie wir das hier drüben gesehen haben in diesem Bereich hier, als wir diesen Hochpunkt hatten. Wenn wir uns das mal eben in den 5 Minuten auch anschauen, dann sehen wir das relativ klar. Da muss ich nochmal den Chart etwas kleiner zoomen. Wir hatten schön, jetzt muss ich nur gucken, hier. Das war die Aufwärtsbewegung nach oben hin, die Korrektur, die wir in der Stunde gesehen haben. Und dann fing der Markt an, sich wieder schön hier runter zu schwingen und das nach unten zu ziehen. Das heißt hier der Schub, kleine Korrektur und dann die Fortsetzung des Ganzen. Das ist natürlich das, was wir hier sehen wollen. Da darf man sich natürlich nicht zu stark in den kleinen Zacken hier verlieren, sondern wirklich einfach zu sagen, was ist das Ganze denn? Und das sind dann die Trendfortsetzungsmuster hier, die wir haben. Unterschwung, Bewegung, dann hier wieder die ganzen Märkte. Also man sieht, es geht da immer ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Da braucht man die Ruhe. Gut, da war auch einiges jetzt an Nacht mit dabei inzwischen. Aber das ist ja das, was wir hier auch in dem Chart sehen. Das zeigt uns der Markt, der Druck ist da. Und jetzt warten wir einfach ab, was hier unten passiert. Und wenn wir sehen, der Markt korrigiert ein bisschen und fängt dann an, wieder rumzudrehen nach unten. Das wäre dann definitiv ein Indiz dafür, dass der Markt weiter runter will und den Fokus dann eher im Tagesschat auf die tieferen Linien annimmt. Und das können wir dann selbstverständlich gut für das Trading nutzen. Gut, also schauen wir dann noch in den Euro-US-Tallet. Den hatten wir ja gestern mal kurz als Frage hier im Chat mit da. Heute ist es soweit, dass ich den Markt auch mal mit aufgenommen habe, weil wir hatten gestern sozusagen Zinssitzung der FED. Und da ist etwas passiert, was wir gestern hier gesehen haben. Der Markt ist sehr, sehr stark nach oben gespiked und wurde sofort wieder abverkauft. Aber das war es jetzt hier noch nicht. Wir sehen, was nach dem Abverkauf passiert ist. Der Markt strebt momentan wieder sehr, sehr schön nach oben. Jetzt stellt sich halt einfach nur die Frage, was wird denn das? Was wird das werden? Wir haben übergeordnet weiterhin den Schub von oben nach unten. Das ist hier gut zu sehen. Wir haben jetzt hier zwei verschiedene Trading Ranges, wenn man das mal so sehen will. Eine engere, das haben wir hier zwischen 1.14.4 und 1.12.7. Das ist das Enge. Hier oben wollte der Markt bisher noch nicht so wirklich richtig drüber. Schafft er das hier oben drüber, dann ist es natürlich interessant. Hier haben wir ein nächstes Hoch. Dieses Hoch dieser Korrekturbewegung, also dieses Schubes nach oben. Das liegt bei 1.14.7.3.2. Oh, da kann er ranlaufen und dann wird es interessant, was hier oben passiert. Geht er drüber, bricht er den Trend oder aber läuft er nur ran und geht wieder in die Richtung nach unten. Das bleibt sehr, sehr, sehr spannend. Diejenigen, die das Ganze auch im ganz kurzfristigen Bereich traden wollen, die schauen dann auch einfach mal, was passiert denn jetzt hier oben? Was passiert hier um die 1.14.40? Da ist der Markt immer mal immer nur ran gelaufen und hat dann wieder rumgedritten. Das ist interessant, das kann man gut nutzen, weil wer Ranges tradet, der weiß ja, interessant ist es immer, von oben nach unten oder von unten nach oben zu traden. Irgendwo hier in der Mitte findet sich dann der faire Preis. Das sind interessante Handelsansätze, die wir hier haben und das ist das, was wir hier in diesem Markt sehr, sehr schön momentan auch sehen und da können wir einfach gucken, was hier oben passiert. Und wenn wir uns das von gestern beispielsweise mal in kleinen 5-Minuten-Chart anschauen, da sehen wir, wenn ich es dann mal kleiner gesoomt habe und wir etwas mehr Historie hier zusammengerafft sehen, was hier oben passiert ist, da hat der Markt direkt wieder nach unten rumgedreht. Also Spike nach oben, Schub, Gegenbewegung, zack, ging es nach unten. Was sehen wir jetzt? Wir haben hier den Trend nach unten massiv stark geschoben. Jetzt sehen wir den Hochlauf und jetzt wird es wirklich sehr, sehr spannend. Was passiert hier oben? Und diejenigen, die gerne aus Widerständen heraus traden, das ist natürlich ein Geschenk, wenn wir wieder hier oben reinlaufen. Und wenn wir dann wieder sehen, der Markt, der dreht hier rum, dann ist das natürlich genial zu sehen, weil dann haben wir die richtig gute Chance, weiter nach unten mit zu traden. Ansonsten Blick hier in die Stunde. Da sehen wir natürlich, wenn wir nur diesen Ankerarm hier nehmen, wir haben hier den Aufwärtsschub da. Was wir hier jetzt sehen, ist die ganz, ganz tiefe Korrektur in der Stunde und das ist auch das, ähnlich wie wir es jetzt in den 5 Minuten gesehen haben. Was passiert jetzt hier oben? Gibt es hier erstmals ein tieferes Hoch und dreht der Markt rum? Dann gibt es die Chance, dass der Markt hier runterläuft und einen neuen untergeordneten Abwärtstrend macht. Bleibt da stark, läuft hier weiter, setzt sich das ganze Ding Stück für Stück nach oben fort. Und hier sehen wir auch mal wieder, wie schön es ist, aus den tiefen Korrekturen heraus zu traden. Wenn der Markt wirklich so viel Luft nach oben hat, dann bleibt das natürlich spannend. Da kann man genug Geld verdienen, um das Ganze hier nach oben mitzunehmen. Das ist übrigens auch ein Thema für den edukativen Teil. Morgen, wie wir uns hier strategisch nach Trendbrüchen oder Trendumkehren mit aufstellen können. Letzte Woche hatte ich ja Freitag ein paar Sachen auch zum Thema Hebel erzählt. Das konnten wir leider technisch nicht einstellen. Das heißt, das Video ist hier verloren gegangen. Und all diejenigen, die das Ganze nicht sehen konnten, ich gehe auf gewisse Teile aus diesem Thema mit dem Trading in Hebeln morgen auch nochmal im Detail ein, weil das ist wichtig. Das hat ein paar schöne Ansatzpunkte, die wir hier sehen können. Und das nutzen wir auch sehr, sehr gut zum Trading. Da gucken wir dann morgen einfach mal rein. Wie schon gesagt, diesmal nicht in Bezug zur Verortung von Handelssignalen, wie wir das letzte Woche hatten, sondern wir schauen hier einfach mal in das Thema der Trends. Gerade hier der Thema Umschwinge von Trends. Das ist ja immer hochinteressant, was passiert denn nach so einem Umschwung, wenn es einen neuen Trend gibt, wann kann man reingehen. Das ist hochinteressant und da schaue ich einfach mal gemeinsam hier in die Charts rein und stelle die eine oder andere Strategie vor, wie ich das beispielsweise mache, wenn ich jetzt sozusagen eine Korrektur sehe, beziehungsweise einen Schub, der einen Trend gebrochen hat und dann gibt es eine Korrektur, wie verhalte ich mich da, wie gehe ich wo rein, wie funktioniert das Thema mit dem Positionsaufbau und auch den klugen Einsatz von entsprechenden Hebeln im Risikomoneymanagement. Das sind die Themen, die wir hier morgen dann noch einmal im edukativen Part des Freitagwebinars beleuchten. In diesem Sinne schaue ich jetzt nochmal in die Blogs hinein. Super, heißt also, wir haben keine weiteren Fragen. Fernando, du bist raus dieses Jahr. Ich danke dir für die ganz lieben Grüße, auch dir ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin, allen eine gute Zeit, noch nicht bis Weihnachten. Wir sehen uns morgen, spätestens 8 Uhr gibt es den Blogeintrag und danach 8.30 Uhr. Wie immer hier im Webinar live bei Tickmüll. Mach's gut, bis morgen. Tschüss.